So, Slavia Prag gegen Tottenham. Beide vier Punkte, für beide geht es hier um den Aufstieg. Der Zettabellenführer hier überraschen, Fanyord vor Lokomotiv Moskau, vor Tottenham, Slavia Prag, vor Bayern und Lazio, vor Southampton und zum Schluss Ajax. Also bis auf Ajax und Southampton alle Chancen auf den Aufstieg. Southampton hat auch noch theoretische Chancen, aber ich glaube das erste Mal wenn sie hängen bleiben hier. Ja, ohne Long geht nichts. Urlaub! Ui, Dui! Zwei, drei, vier, 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 vier. Doch, es ist das. In der Mitte ist es viel Spaß. Der Senat! Das ist ein wenig Schuss! Vomben, ihr könnt doch malen sie sehen. an einem wichtigen Punkt noch gegen Ajax, er spielt in der letzten Minute nach Barockenkarten. Jetzt stoppt und gesetzt. Das Laveberg ist auch noch dabei, oder? Aufstieg. Ja. Gleich viele Punkte wie Toten. Boah. Ja. Oh! 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 Opa na Der zweite rutscht aus Puh, auch eine Chance, die hätte drinnen sein müssen, die erst jetzt Dann beide schenken sie nichts, beide wollen hier Punkte haben Wir müssen eigentlich haben, ohne Gin weiß nicht ob das dann reicht für beide Das könnte dann sehr schwer werden, das würde natürlich so attempten und sehr in die Karten Ja, oh ja, oh ja Oh Oh Kane ist gut, robust aber langsam Oh Oh, schade Ops Oh Oh Abwehr steht da well Oh Oh Ja Man steht da mal, hat Ich glaube, man ja quasi Hätte einen Schnellstreich gehabt Der hat leider die Stange getroffen hat. Ansonsten haben die Denker und Lenker noch nichts eingefädelt. Ansonsten haben die Trainer noch etwas mit auf dem Weg, was helfen könnte. Denken, ansonsten. Aber der Ausland ist einfach nicht ein Vergewogen, er wird derитьkeits Geist im deren Rahmen. Er hat sich, wenn wir die Tasche und Lenker wieder erneut haben. Denken, dass er sich auch mit den Dator übernommen hat. Soll das, was die Zorc und die Ausland viel mehrètres? Ach, man weiß es nicht, was man macht. Mal last er mich so. Für Tottenheim würde es mich natürlich freuen, wenn sie aufsteigen würden, weil das ist ja eine Seltenheit eigentlich. Das ist, glaube ich, Slavia Park schon öfter aufgestiegen als Tottenheim. Ja, das wahrscheinlich schon. Oh, ich dachte unten links, dass der nicht immer abseits ist. Dann habe ich extra rauszogen. Ja. Stark. Oh, ich dachte. Stark. 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 Was war jetzt? Oh, okay. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Vielen Dank. Oh. Scheiße. Nimm ihn. Alter. Nice. What is it? What is it? Das war dann klar noch ein Vorteil. Ja, kann dann noch ein Joker oder so stechen. Okay. 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 Ich weiß es nicht. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich schaue es nochmal gut auf beiden Seiten vorhanden. War trotzdem eine schöne Partie.